Gut, probieren wir noch mal. Als Hockeybusinessman bin ich 365 Tage on the road. Im Sommer war ich in Tampa Bay und habe Alligatoren gesehen. Das ist mir sein Sinn gekommen. See you later, Alligator. Wir haben in der Schweiz vier finnische Headcoaches. Meiner Meinung nach ist das definitiv eine, wenn nicht vielleicht sogar zwei zu viele. Die Weihnachtsgeschenke werden vielleicht noch in der Schweiz posten, das auspacken. Da habe ich das Gefühl, das könnte der eine oder andere aber schon in Finnland stattfinden. See you later, Alligator. Oder ich kann sagen, ich habe einen Tempa-Alligatoren gesehen. Also, machen wir noch mal. Zum Glück gibt es bald wieder Eis-Hockey.